Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Autoabenteuer Johanna. Ich habe euch im letzten Video erzählt, was ich alles bei einer Internetseite namens Kartoffelvielfalt gekauft habe. Und heute werde ich euch zeigen, wie ich ein paar Kartoffeln einpflanze, aber es könnte sein, dass es ein Zweiteiler wird. Bis dann. Also, bis gleich. So, hier haben wir jetzt ein paar Tuppen mit Erde befüllt. Ja, und als erstes werden wir Nemo-Kartoffeln einpflanzen. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Als erstes müssen wir die Erde wegnehmen dort, indem wir sie weghaken, damit die Kartoffeln erhöhen können. Nun machen wir das Schild ab, damit wir es gleich in die Truppe machen können. Die haben jetzt leider schon angefangen zu keimen, weil wir sie zu lange in der Tüte gelassen haben. Aber egal, einfach rein damit jetzt. Oh, was ist das denn? Das ist doch eine herzförmige, oder? So, jetzt müssen wir das Ganze verteilen ordentlich. So, jetzt machen wir die Erde wieder über die Kartoffeln. Schon mit der Hake drüber. So, jetzt pflanzen wir die weißen und die roten Steckzwiebeln ein. Dann machen wir das mal jetzt hier auf und kippen alle so rein. Zack, 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 zack. Ein bisschen verteilen. So, jetzt sind alle raus. Und ja, das Netz kommt natürlich in den Müll. So, das Netz machen wir jetzt auch da rein. Erstmal aufmachen. Alles reinkippen. So wie beim anderen. Ja, das Netz kommt natürlich auch in den Müll. Aber erstmal an meine Hosentasche. Und das Schild legen wir so wie das andere. Jetzt gleich zur Seite. Hier hin. Ja. Jetzt müssen wir von hier die Erde nehmen, weil ich habe keine Lust nochmal Erde zu holen. Wir nehmen einfach von hier jetzt die Erde darauf, damit wir Erde haben, die da drauf kommt natürlich. muss ja alles bedeckt sein. Oh, ein kleiner Regenwurm. So, jetzt habe ich mir doch eine Schaufel genommen, weil das halt schneller geht. Ist ja logisch. Und ja, nee, da fehlt noch was. Muss jetzt auch mehr drauf machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. So, jetzt habe ich die Erde über die Zwiebeln in Rot gemacht. Also Rot-Red Baron. Ja, also ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Jedenfalls ist die Erde jetzt da drüber. Und wir gehen zum nächsten über. So, jetzt sind die weißen Steckzwiebeln dran. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. So, beide Säcke sind drin und weiter geht's. Jetzt haben wir es mit Erde bedeckt und Zettelchen dran. Weiter geht's. So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, Knoblauch und zweimal Augsburger Gold, also zwei Kilogramm, in eine Tuppe zu machen. Mal sehen, ob das klappt. Natürlich mit einem Stock als Trennwand. Er ist drin, Knoblauch und Kartoffeln natürlich auch. Und ja, bis gleich. Jetzt sind alle Kartoffeln unter Knoblauch bedeckt. Dazwischen haben wir einen kleinen Stock. Jetzt fokussiert das nicht Mist. Jetzt aber so. So, jetzt sind alle Kartoffeln.